Atemberaubend. Emotional. Faszinierend. Turnen, Akrobatik und Tanz auf allerhöchstem Niveau. Über 1,5 Millionen Zuschauer haben das Feuerwerk der Turnkunst bereits gesehen. Es ist Europas erfolgreichste Turnshow. Im Januar kommt sie nach Frankfurt. Mit dabei Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister. Künstler aus der ganzen Welt zeigen, was sie können. Seien Sie dabei und lassen Sie sich in den Bann der Sportler und der Show ziehen. Gewinnen Sie jetzt. Wir verlosen 10x2 Karten für die Show am 12. Januar um 19 Uhr. Schicken Sie einfach eine E-Mail an sport.rmtv.de mit dem Betreff Feuerwerk der Turnkunst sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Wir wünschen viel Glück und den Gewinnern viel Spaß. Wir wünschen viel Glück und Künstler aus. Schicken Sie sich an